heil pilzfreunde ihr wollt wissen was der pilzzüchter in seiner mischmaschine macht und ihr wollt wissen was der fön damit zu tun hat sage ich euch ja die neue mischmaschine die habe ich euch ja schon in einem video vorgestellt und im laufenden betrieb hat sich jetzt herausgestellt dass es echt eine tolle maschine ist die nimmt uns sehr viel arbeit ab was natürlich zu beachten ist dass so eine maschine auch geputzt werden muss das hat auch ein zuschauer unter dem video dann kommentiert hat gesagt wie reinigt ihr denn die maschine vor allem jetzt hier diese schnecke die förderschnecke die ja das material aus dem mischtrog dann nach oben transportiert und dann in diesen schacht wirft wo dann die beutel drunter stehen um die beutel für unsere substrate beziehungsweise unsere pilzkulturen damit zu füllen und in der tat ist es so dass es nicht ganz einfach ist weil die schnecke die ist ja nicht zugänglich das heißt hier drin dreht sich eine schnecke langsam und befördert das material nach oben das material ist ja angefeuchtet ihr wisst ja wir machen ungefähr 1,5 menge wasser zum trockengewicht im substrat mit rein und das ergibt natürlich wenn man das vorwärts schiebt in der schnecke kann sich das an manchen stellen hinkleben durch den druck der entsteht weil es ja geschoben wird und bildet sich auch am rand hier in diesem rohr eine ablagerung und die muss man raus bekommen sonst können sich schimmelpilze bilden oder auch häfen oder bakterien oder andere unerwünschte gewächse die wir da drin nicht haben wollen die unser substrat sozusagen dann nachher in der qualität mindern können wie ich die maschine jetzt putz und was ich mir als lösung für diese schnecke einfallen lassen habe das zeige ich euch heute im video und wir sehen jetzt hier unten im schacht wo die schnecke läuft mach es mal an dass hier einfach noch eine ganze menge material drin hockt die die schnecke einfach nicht mehr hoch befördert bekommt weil es einfach zu wenig ist man sieht auch quasi diese aushöhlung die die schnecke macht am rand von der von der ganzen förderschnecken kombination mit dem rohr so um das material aus der schnecke jetzt raus zu bekommen habe ich hier so zwei drei handvoll hackschnitzel die bekommt ihr ganz normal im baumarkt um wege im garten einzustreuen oder als hochbeet grund füllung da mache ich jetzt mal einfach nicht zu viel weil die schnecke kann dadurch verstopfen wenn sie zu viel von den hackschnitzeln auf einmal rein bekommt hier habe ich noch einen trock hingestellt und dann schauen wir uns jetzt mal an was da noch rauskommt am anfang kommt noch nichts oder noch fast nichts und irgendwann beginnt dann dass das material kommt so jetzt kratzt die maschine alles frei mach es mal aus damit wir den krach nicht haben also ihr seht das jetzt wahrscheinlich hat man es gehört das gequietsche vielleicht auch nicht es kommen schon die ersten hackschnitzel mit hoch und da kommt jetzt gleich noch mehr material aber da haben wir schon das erste kilo raus und die maschine wird jetzt da alles raus putzen auf die art also da kommt doch richtig was raus es quiekt und ächzt ein bisschen weil natürlich hackschnitzel in dem zwischenraum zwischen schnecke und rohrwand hängen bleiben und da hochgeschoben werden aber ihr seht also auch für die größenordnung meine hand ist schon ein richtiger haufen und das material wäre sonst hängen geblieben natürlich sondern die paar wenigen hackschnitzel und die kleine handvoll sägemehl die da unten noch drin liegt die hole ich einfach mit meinem nass trockensauger im industrie staubsauger noch raus und dann kommt der nächste schritt dass man die ganze röhre trocken pusten muss und das zeige ich euch jetzt jetzt kommt der fön ins spiel ich habe mir was überlegt wie wir die förderschnecke sauber kriegen das grobe material wurde ja durch die hackschnitzel schon abgekratzt so ich habe jetzt hier mein holzbrettchen habe ich so ein bisschen gekürzt dass es besser reinpasst und meinen fön den fön dann halte ich jetzt mal in der mitte drauf machen wir mit einem stift einfach mal die größe so drauf dass ich schauen kann wo ich bohr und wie groß es werden muss dann nehme ich so einen ganz schnöden ordinären lochbohrer achtet darauf dass er ordentlich verrostet und verbogen ist dann funktioniert es besonders gut und dann schauen wir mal da wird genau passen es kann auch ein bisschen größer sein das loch soll das vielleicht auch weil der fön der hat ja so eine konische form und damit man da dann auch schön durch kommt sollte das loch auch groß genug sein dann nehme ich meinen akkuschrauber der hat auch seine bohrfunktion der läuft relativ schnell da spanne ich das mal ein und dann bohren wir mal fröhlich ein loch rein so So, einmal ein sauberes Loch gebohrt, ohne Grat und ohne alles, gut geworden und das kommt jetzt in die Maschine rein. Jetzt brauchen wir noch ein Holzstück, um das reinzudrücken. Die Maschine ist ja leicht gebogen, ich muss mal gucken, ob man das irgendwie so ein bisschen biegen kann, in der Richtung geht es gut. Und dann werde ich das rein spannen und den Föhn mal reinstecken, das können wir gleich mal probieren. Und dann, also passt wunderbar, steht ein Stückchen raus und müsste dann auch eigentlich gut drin stehen bleiben. Ein Holzstück, das habe ich mir mal ungefähr grob angezeichnet, so wie ich glaube, dass es sein müsste. Genau anpassen werde ich es dann nachher noch und dann sägen wir es mal ein Stück ab. So, jetzt haben wir hier das Brett und das Holzstück noch. Das soll jetzt da reinkommen. Ungefähr so. Und das hier, das wird dann hier unter die Welle so eingeklemmt. Das passt gut. Ich hoffe, man kann das sehen im Video, dass da nicht dieser Rührarm drüber hängt. Jetzt brauchen wir noch den Föhn. Jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also bleibt schon mal drin stecken. So, hier seht ihr, jetzt ist das fertige Setup mit dem Brett, mit dem Streben, also mit der Abstützung und dem Föhn, der in das Loch reinkommt. Jetzt schalte ich jetzt mal ein. Mal auf schwacher Stufe. Stecken wir das Ding da rein. Und jetzt sollte eigentlich die ganze Welle trocknen. Die wird auch spürbar warm. So, ich bin jetzt zumindest happy, dass ich jetzt mal eine provisorische Lösung habe. Die wird wahrscheinlich keinen Designpreis gewinnen. Aber das muss sie auch nicht. Es muss praktisch sein und es muss funktionieren. Und es muss überhaupt mal eine Lösung her. Toll, technisch, großartig kann man immer, aber auch mal mit wenig Mitteln was erreichen, was erreicht werden muss. Das ist auch gut. So, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mit meiner Lösung einverstanden seid, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt an meiner Arbeitsweise, dann schreibt es in die Kommentare. Für weitere Tipps bin ich auch dankbar. Ich bin auch übrigens dankbar, wenn ihr mal gerne euch Fragen überlegt, die ihr mal beantwortet haben möchtet in einem Q&A, in einem Fragen- und Antwort-Special. Dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare rein. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr kein interessantes Video mehr, das rauskommt. Ihr werdet sofort informiert und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Hälfte unserem YouTube-Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge, dass er weiß, dass die Videos hier interessant für Leute sind und der Kanal ein bisschen wachsen kann. Danke euch dafür und macht's gut. Bis dann. Tschüss.